Hey Leute, ich bin euer Wizard und heute gibt es mir wieder Real Talk. Ich will darüber sprechen, wie es meine aktuelle Lage ist mit der Schizophrenie, weil über den letzten Schub will ich ehrlich gesagt sprechen. Da habe ich ein übermäßiges High gehabt, da war ich komplett drin, war richtig im God-Mode, könnte man sagen. Und da war ich ziemlich gepusht und habe auch Drogen genommen und darum ist es immer schlimmer geworden, habe die Medikamente abgesetzt, und was ich jetzt nie wieder machen will, weil es komplett unnötig ist, Drogen sind scheiße und ja, auf jeden Fall, der letzte Schub, der hat mich quasi auf Null gesetzt. Und stellen wir uns aber eine Linie vor, ich war so um und dann bin ich runtergecrasht auf einmal. Dafür, der Vorteil vom Schub war natürlich, dass ich jetzt ganz aus der Psychose draußen bin, ich bin immer noch psychotisch teilweise, aber ich bin immer in dieser eigenen Schizo-Welt drinnen, wo alles magisch ist. Ich meine, die Welt ist auch magisch, aber ich war out of space, Multiversum drin, alles real, was man sieht im Fernsehen. Ich glaube, da kann ich gerne mal näher eingehen, schon langsam kann ich eben wieder besser drüber reden. Es war lange Zeit, es hat mich lange Zeit belastet, der Schub, aber jetzt geht es wieder bergauf, weil ich jetzt endlich das Richtige mache mit YouTube. Das gibt mir Kraft einfach, wenn ich das mache. Also, wenn man schizophren ist, es ist einfach nicht einfach, es ist scheiße, aber man kann auch seine Vorteile daraus ziehen. Das gehe ich gerne mal in einem anderen Video genauer ein. Das Video will ich eh nicht so lange machen. So einfach mal Re-Talk über die Psychose, wie es mir in echt geht. Ich bin nicht immer so, ich bin... Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich kann von der Kamera reden, aber ich bin nicht wirklich selbstbewusst. Ich bin ein sehr unsicherer Mensch und wenn man unsicher ist, dann vergleicht man sich oft mit anderen und dann fühlt man sich schlecht, aber es geht nur um die eigene Entwicklung und mit anderen vergleichen ich es sowieso komplett scheiße. Kurz, Moment bitte. Ah, und übrigens der Hintergrund, der Hintergrund einmal kurz anderes Thema. Der Hintergrund ist mega nice geworden. Auf jeden Fall, ja, wie wir es machen, macht mich einfach glücklich, ich werde nicht aufhören damit und am Anfang, jeder Anfang ist schwer. Also es wird noch lange dauern, bis ich mein Hobby vielleicht sogar zum Beruf machen kann, aber ich bin sowieso die nächste Zeit noch arbeitsunfähig und das ist ja keine Arbeit für mich, das ist mein Hobby. Und ja, ich bin immer noch sehr traurig. Ich habe eine tiefe Trauer in mir, ich kann zwar nicht weinen, ich spüre meine Trauer aber trotzdem. Ich bin immer wieder unterm Tag einmal traurig, manchmal ist es besser, manchmal schlechter. Jetzt geht es wieder langsam bergauf, weil ich eben viel mache, was mir gut tut und ich schaue, dass ich das vermeide, was mir schlecht tut. Und ja, einfach stay strong, stark bleiben. Ein Geheimtipp von mir, meditieren bei einer Schizophrenie, einmal zur Ruhe kommen. Ich kann auch mehr Tipps über Schizophrenie geben. Also wenn ihr was über Schizophrenie wissen wollt, oder mehr über meine Schizophrenie erfahren wollt, sagt es einfach in die Kommentare. Und es würde mich riesig freuen, wenn es ein Like und ein Abo da lassen würde, dass meine Videos nicht verpasst, weil bald, 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 bald kommen Livestreams. Richtig geile Livestreams, weil ich habe mir das ein bisschen von umgeklickt, abgeguckt, der macht um 20 Uhr Livestream, ich liebe den Typen, und mir ist echt genial einfach, der macht super Content, und meine Livestreams werden dann immer so um 9 Uhr kommen, weil, dass ich unbedingt keine Konkurrenz mache, da gehen alle zu ihm, ne? Eklare, ne? Also ich mache keinen Shit, aber es wird sicher ne, es wird viel Abwechslung geben, und freut euch einfach auf den Content, der noch kommt. Liebe für alle, und Peace out, meine lieben Freunde.